es ist doch direkt hier oder nicht Tötet... genau, Tötet den MadHill in dem Beinhaus. Hmhm, 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 hmhm. Okay, wie bist du schnell hier, oder? Wenn ich schon rauskriege. Oha. Na, ist halt Nahkampf immer wer, ne? Sammelt Animus von Animus-Trägern. Was ist das denn? Das ist wirklich... Wie kann ich das, oder was? Finde ich nicht so geil. Komm, ich hol mir mal Feuer aus. Oh! Zuvor am Anfang hab ich's gemacht, ne? Oh, Alter von Wander... So, und so. Dann... Feuerball. Was ist das, äh... Hm. Okay. Hm. Nehme ich einfach dazu. Flammenschild... Würde sind Hydra... Hydra ist cool. Ob ich Flammenschild da auch mit rein... Okay. Ich habe ein Magge hier. Bist du das? Das ist nicht mein Game. Ich muss doch mich nicht dunkeln. Das ist doch mal eine ganz andere Hausnummer. Kombo-Blitz, nein. Kettenblitz. Und behalte ich. Das geht nicht anders. Und... Hier ist seine Energie. Guck mal, das passt doch zusammen hier. Hm. Das... Das Schild mag ich nicht. Frostnova ist ganz cool. Aber ich möchte gar nicht in den Nahkampf. Hydron, nein. Blitzschbär könnte man mal ausprobieren, ne? Also erstmal die Eisrüstung rein und den Blitzschbär. Ja. Ja. Sanne. Das ist dieg mal. Oh, okay. Ich bin noch nicht bereit. so ja das ist so gut so ein B vielleicht nicht überlegt da Oh 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 Krass Jetzt muss ich zwar keine Hunde zahlen Ich habe für meinen Glauben getötet, gebrandschätzt und gefoltert Als ich an diesem verlassenen Ort starb, wurde mir keine Gnade des Lichts zuteilen Ihr Weg zur Erlösung führte mich nur in die Finsternis Jetzt ist Blut mein Lebenszweck Ich werde mich vom Leben dieser Welt nähren Für immer Für immer Für immer Ich bin noch nicht bereit Für immer 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 Ich komme da. Oh, Povero. Ich habe diese elenden Kreaturen schon gejagt, seitdem ich ein Messer gegen sie erheben konnte. Sie ernähren sich von Blut und vermehren sich schon. Ich habe sie in dieses Nest gejagt, doch das war eine Falle. Ihr Anführer kann die Toten erwecken und ich sorge mich um alle, die sich angstlos in diese Kruppen verehrten. Solltet ihr dazu fähig sein, so jagt sie. Lasst meinem Tod nicht vergeben sein. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Fähigweite. Alles, ich soll mir das mal upgraden. Der hier, finde ich. Ach, ich weiß es nicht. Oh, ja. So. Punke, 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 Punke. Punke. Und Mist da. Nein. Ach, ich lerne das noch. Punke. Und genau. Nicht knistern. So, dann der Kettenblitz. mit wem hier. Dann die HS-Rüstung. Mit Marek. Und dann müssten wir auch schon hier sein. Alter, perfekt. Ah, und dann nehmen wir dann... Moment. Ein Punkt haben wir. Meteor. Oh, ich freue mich schon. Was? Das ist der Kugelblitz. Okay. Oh, das ist der Kugelb tempor. Oh, das ist der Kugelbange. Oh, ich bin der Kugelblitz. Oh, ich bin der Kugel. Mhm, mhm, mhm. Ich brauche Zeit für die Probereitung. Ich brauche Zeit für die Probe. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh.